Herzlich Willkommen zum neuen Format PLSRV TV. Auf diesem Wege möchten wir mit Ihnen die neuesten Informationen an unserem Produktportfolio teilen. Im heutigen ersten Teil werden wir über die Evaluierung und Planung von LED-Wänden sprechen. Unser Produktportfolio kann in drei verschiedene Kategorien unterteilt werden. Der Grund dafür ist, dass es keinen gemeinsamen Standard für LED-Videowände gibt. Das bedeutet, dass es keine Lösung von einer Stange geben kann, die alle Produktanforderungen erfüllt. Daher versuchen wir, unsere Angebote an LED-Haltungen zu kategorisieren und perfekt an das jeweilige Kabinett abzustimmen. Die drei Kategorien sind Universal, Dedicated und Custom. Die Kategorie Universal ermöglicht uns die Befestigung an jedem Panel und an verschiedenen Installationsvarianten, um der Installation gerecht zu werden, unabhängig vom Hersteller. In der Kategorie Dedicated arbeiten wir sehr eng mit den OEMs an spezifischen Produktlösungen zusammen, um ein einzigartiges Produkt für Sie und Ihren Kunden zu entwickeln. Die Kategorie Custom, also kundenspezifisch, bedeutet, wenn wir eine sehr komplexe oder außergewöhnliche Anforderungen haben, können wir verschiedene Arten von Installation anbieten. Dazu haben wir einige Beispiele am Ende der Präsentation. Im weiteren Verlauf erhalten Sie ebenfalls Informationen zum Seamless-Programm, unserem Peerless AV-Support-Angebot. Hier nun ein Überblick über unsere Kategorie universelle Lösungen. Wir haben zwei Typen von Lösungen mit sehr ähnlichen Merkmalen. Ein Punkt, auf den wir bei der Evaluierung von LED und bei der Durchführung von Standortbegutachtung immer achten, ist der Zugang zu Gebäuden und die Art und Weise, wie man in das Gebäude gelangt. Wenn Sie ein Riesenpaket haben, kann es sein, dass Sie damit nicht in den Aufzug kommen und vielleicht auch keine Möglichkeit haben, dieses über das Treppenhaus zu transportieren. Haben Sie schon einmal versucht, eine 5x3 Meter große Wand bis zum 18. Stockwerk zu transportieren? Das kann echt knifflig werden. Daher verwenden wir aus Transportgründen vor Ort vorkonfektionierte Module, die in der Regel bis zum maximal 3 Meter lang sind. Das bedeutet gleichzeitig, dass Sie bereits schon an den Transportkosten sparen. Leichtgewichtige Module sind für eine LED-Installation sehr wichtig, da die Größe der Wände von einigen 100 Kilogramm bis zu einigen Tonnen Gewicht erreichen kann. Am besten ist es, die Belastung so weit wie möglich zu reduzieren und gleichzeitig solide zu bleiben. Aus diesem Grund verwenden wir einen Aluminiumrahmen. Und wie wir alle wissen, hat nicht jeder Installationsort die perfekte Wand, an der sie montiert werden kann. Daher stellen wir sicher, dass wir viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Wir können auf der X-Achse horizontal, Y-Achse vertikal und auf der Z-Achse in der Tiefe Einstellungen vornehmen. Wobei die Tiefe das Wichtigste ist, weil wir sicherstellen wollen, dass wir eine perfekt ebene Fläche haben, auf der wir die LED-Kabinetts montieren können. Die LED-Kabinetts haben eine geringe Toleranz, die wir ebenfalls berücksichtigen müssen. Typischerweise etwa 5%. Also wenn der Pixelabstand 2 Millimeter beträgt, sollten wir in etwa 0,1 Millimeter Toleranz erreichen, bevor Sie die Lücken bzw. weiße oder schwarze Linien innerhalb der Installation sehen. Die beiden Typen von Lösungen Generation 1 und 2 unterscheiden sich. Generation 2 ist in der Lösung mit der geringeren Bautiefe, da einige Hersteller von LED-Kabinetts eine geringere Tiefe von etwa 40 Millimeter erlauben. Bei der Generation 1 benötigen einige LED-Kabinetts eine größere Tiefe hinter den Befestigungspunkten. Und deshalb wird diese mit einer größeren Bautiefe hergestellt. Bei größeren Installationsprojekten ermöglicht Generation 1 auch über die Länge gesehen eine größere Tiefeneinstellung vorzunehmen. Es gibt zwei Typen von Kabinetts, die Front-Service und die Rear-Service-Kabinetts. Daher nichts anderes, als dass man die Wartung von der einen von der Vorderseite und bei der anderen von der Rückseite durchgeführt wird. Dieses ist bei der Planung unabdingbar zu beachten. Die meisten Hersteller bringen heute ein vollständig vom vorn zu wartendes Kabinett heraus, sodass sie die Module, die Leistungseinheit, die Prozessplatinen und so weiter von der Vorderseite des Kabinetts entfernen können. Einige Hersteller benötigen jedoch immer noch den Zugang zur Rückseite, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Was wir also tun können, ist den Rahmen, den Sie gerade gesehen haben, zu nehmen, der dann auf die Vorderseite unserer speziellen Pop-Out-Halterung geschraubt wird. Das bedeutet, dass Sie die gesamte Wand herausziehen und nicht nur die einzelnen Kabinetts. Diese Installationskonstruktion erlaubt, die Pop-Out-Lösung mit etwa 600 mm von der Wand zu ziehen, um eine vollständige Wartung zu ermöglichen. Letzteres ist immer noch eine Anforderung bei einigen Installationen. Wir legen herstellerspezifisches Zubehör bei, das ermöglicht, die Installationsprozesse so schnell und effizient wie möglich durchzuführen. Als Beispiel die Spacers, die Abstandshalter. Diese stellen wir für alle LED-Kabinetts zur Verfügung. Sie ermöglichen die einfache Montage des Rahmens und Abstände in der Vertikalen. Nun zur Kategorie Dedicated. Bei unseren dedizierten Lösungen arbeiten wir eng mit den LED-Herstellern zusammen. Und hier sind einige Beispiele für die First-Tier-Marken, mit denen wir zusammenarbeiten. Wie beispielsweise Upson, NEC, Samsung, LG, Philips, Unilumin, Barco und Layard, um nur einige zu nennen. Der Hauptunterschied liegt in der Art und Weise, wie der Rahmen zusammengefügt wird. Ein Teil davon ist bereits vormontiert und wir haben immer noch unsere Einstellungskomponenten. Sie erinnern sich, XYZ-Achsen-Einstellung. In der Höhe können wir bis zu 15 mm über die Mikroverstellung nachnivellieren. Die Tiefeneinstellung an der Wand kann 10 bis 19 mm betragen. Diese Möglichkeit der Tiefeneinstellung ist extrem wichtig. Warum? Das erkläre ich Ihnen jetzt. Wichtig ist, aus welchem Material die Wand, an der Sie montieren, besteht, da dies einen großen Einfluss darauf haben kann, wie Sie tatsächlich montieren. Ein gutes Beispiel. In modernen Gebäuden finden wir vorwiegend Trockenbauwände vor. Das heißt, dahinter verbergen sich Holz- oder Metallständer. Ohne unsere Lösung müsste aufgrund der neuen Wandbelastung die Wand möglicherweise verstärkt werden. Aber mit unserer Lösung kann die Wandbelastung verteilt werden, da sie viele Befestigungspunkte hat, die die Last über die gesamte Wand verteilen. Alle bisher von mir vorgestellten Einstellungsmöglichkeiten können bei jedem dieser Befestigungspunkte uneingeschränkt genutzt werden. Der Hauptvorteil besteht darin, dass Sie die Befestigung in den Wänden versenken können, wo Sie am stärksten zu befestigen sind, ohne die Position der LED an der Wand selbst zu beeinträchtigen. Nur so können Sie ganz ohne zusätzliche Kosten für beispielsweise die Verstärkung der Wand mit einer zusätzlichen 18 mm Schicht verputzt und oder Anstrich aus. Die Komponenten selbst sind bereits vormontiert. Alle vertikalen Module sind aus einem Stück von uns präzisionsgefertigt und lasergeschnitten, so dass Sie nur noch eine Toleranz von etwa 0,003 mm haben. Eine Toleranz, wie sie für eine LED-Installation erforderlich ist. Alle vorgestellten Designs können auch wirklich jede Größe skaliert werden. Von diesen Herstellermarken werden wir immer mehr Austauschinstallationen sehen. Full-HD- und UHD-LED-Lösungen werden dort aufgebaut, wo bisher 3x3, 2x2-LCD-Videowände in Konferenzräumen von Unternehmen installiert waren. Alle diese Marken haben unterschiedliche Pixelabstände, zum Beispiel Absen mit 1,2 mm Pixel-Pitch und damit eine Full-HD-Wand zu erstellen. Bräuchte man also 4 Kabinetts in der Breite und 4 Kabinetts in der Höhe. Um Ihnen diese Arbeit in der Planung und Durchführung zu erleichtern, haben wir Standardlösungen vorkonfektioniert. So brauchen Sie nunmehr nur eine Artikelnummer und erhalten eine fertige, zur Installation einsatzbereite, verpackte Lösung. Wenn Sie also diese Teilenummer bestellen, bekommen Sie ein fertiges Paket auf die Baustelle geliefert, um den Austausch zu Full-HD- oder UHD-LED-Wand vorzunehmen. Die Hauptvorteile sind weniger zeitlicher Planungsaufwand, kürzere Lieferzeiten, geringere Transportkosten und On-Demand einsetzbar. Wir sehen in diesem Trend den größten Wachstumsmarkt im LED-Bereich und ein großer Margenbringer für Sie in der Zukunft. Es gibt einige andere dedizierte Lösungen, die wir für weitere Hersteller anbieten. Hier ein gutes Beispiel mit LG. Wiederum für Austauschinstallationen, konkret für LCD-Displays von 95 bis 98 Zoll. Die Limitierung bei LCD-Displays liegt bei den gängigen 95 bis 98 Zoll Displays. Um diese Limitierung aufzuheben, gilt es eine Änderung der Technologie vorzunehmen. So zum Beispiel eine 130 Zoll LED-Wall von LG oder eine 110 Zoll LED-Wall von Samsung. Was wir nun für die 130 Zoll-Lösung von LG entwickelt haben, ist eine spezielle Wandhaltung sowie einen ästhetisch ansprechenden Trolley. Und eine Ständerlösung. Warum? Weil immer mehr Menschen die Mobilität wünschen. Oder aber sie stellten fest, dass die entsprechende Wand ungeeignet ist, die Last einer Installation zu tragen. Alle PLS-RV-Lösungen, die Wandhaltung der Trolley und der Ständer unterstreichen die Wertigkeit der LED-Lösung. Im Übrigen, alle unsere dedizierten Produkte sind aus leichtem Material gefertigt und nach UL-Standard, hier UL 2442, auf Sicherheit und Herstellung getestet.